Was ist die Schuldenbremse? Was ist die Schuldenbremse mit den anderen Hartz-IV-Parteien rechtfertigen gegen den Deutschen Gewerkschaftsbund? Das ist doch geradezu peinlich. Was ist die Schuldenbremse? In einer Zeit vereinbart haben, in dem sie dann hunderte von Milliarden an Rettungsschirmen aufgespannt haben. So als sei das keine Verpflichtungen, so als hätten die mit all der Diskussion überhaupt nichts zu tun. Eine Schuldenbremse bei Beibehaltung des gegenwärtigen Geldsystems ist lächerlich. Ist die ausgeburte, ich möchte mal sagen, schwachsinnigen Denkens. Ja, das können nur schwachsinnigen. Und da glaubt wirklich einer, wenn jetzt die Deutsche Bank mal floppt, dass dann eben eine Schuldenbremse hier durchgehalten werden kann. Man hat es doch gesehen überall, als die Hypo-Regal-Estate, man muss ja auch immer Fremdwörter kauen, damit wir an den ganzen Unsinn nicht, als dieses komische Institut, ein privates Institut, als dieses jetzt eben schwierig, da mussten sie 100 Milliarden bereitstellen. Da wandeln die über Schuldenbremse. Und deshalb ist das schon ein Grund, die Linke hier bei der Kommunalwahl stark zu machen, weil sie die einzige politische Partei ist, die diesem Schwachsinn nicht erlegen ist, die noch gesehen hat, da werden hunderte von Milliarden bereitgestellt. Wenn es darum geht, Banken zu retten, dann gibt es überhaupt kein Maß mehr. Und in solchen Zeiten kann man doch nicht so tun, als gäbe es eine Sonderabteilung, bei der die Schuldenbremse noch einschalten ist. Nein, die beste Schuldenbremse ist, das Geldsystem neu zu ordnen, um sicherzustellen, dass morgen nicht wieder hunderte Milliarden bereitgestellt werden müssen, um marode Banken zu sanieren und aufzubauen. Und deswegen gehört zu unserem Ansatz auch dazu, dass wir ein gerechtes Steuersystem endlich, ein Steuer- und Abgabensystem für die Bundesrepublik Deutschland fordern. Und dieses gerechte Steuersystem besteht aus zwei Säulen, wie ich also immer wieder sagen muss. Die eine Säule wird in öffentlicher Berichterstattung verschwiegen. Die eine Säule heißt Steuersenkung für den mittleren Bereich der Arbeitnehmerschaft, weil die über Gebühr Steuern zahlen müssen. Aber in gleichem Atemzug Steuererhöhung für Vermögende und Besitzende und Börsenspekulanten und so weiter und so weiter. Das ist die Steuergerechtigkeit, die wir vorschlagen. Vielen Dank, unterstützen unsere Kandidatinnen und Kandidaten. Wir hatten das letzte Mal 150 neue Mandate. Wir wollen jetzt vielleicht sogar das Doppelte kriegen. Bitte leistet dazu einen Beitrag. Wir brauchen eine starke Linke, damit Deutschland sozialer wird.